So, wir gehen jetzt zu einem Videolest. Ich hole dich wieder ab. Danke! Ich hole dich wieder ab. Es ist wieder soweit. Videodays in Köln. Hier sehe ich auch endlich mal. Und hier, Flo ist auch da. Flo hat eine komische Stimme, Leute. Sag mal was, Flo. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen ist meine Stimme sogar. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das läuft ein bisschen merkwürdig heute. Ja, hier ist Backstage. Ich werde jetzt erstmal was zum Frühstück suchen. So, wieder hier. Hier ist heute aber kein Auftrittstag. Das hat sich dieses Jahr vertauscht. Heute ist hier Autogrammikiefen. Ich bin 13 bis 14 Uhr dran. Jetzt habe ich endlich den Milcher gefunden. Ich habe endlich den Milcher gefunden. Und hier gibt es diesmal einen Spiegel. Einen Twitterspiegel. Guck mal. Letztes Jahr hatten wir so einen Kasten, aber diesmal gibt es einen richtigen Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Backstage-Raum. Hier ist der Yoshi. Hallo. Jetzt ist im Video wieder dieses ... Warte, ich möchte meinen Text selber anwenden. Okay. Ja, und die liebe Reklame-Dame ist da. Hallo. Sie hatte einen schönen Tag gestern, glaube ich. Ähm, ich bin sehr, sehr heißer. Sehr heißer. Sie hat einfach eine tiefe Stimme. Das ist so. Das sowieso. Oh, mal so. Mal so mit dem Wasser. Wenn da drei Tage Gamescom, da klingt es ein bisschen anders so. Bei wem macht es mich an? Ah, geht. Guck mal, Michael, hier gibt es Brillen passend zu deinem Oberteil. Zu meinen Sacken. Das ist ja riesig. Aber ... Aber ich fühl seine Brille nicht zu untertragen. Er wird total overdressed. Findest du geil? Ja, aber ... Sprint sie in den Vlog und ich mach gerade aus in dem Moment. Sorry. So, jetzt sucht Yoshi CEO und jetzt ist Yoshi weg. Oh, und meine lieben Dali und Olli sind auch hier. Oh, geil. Ich hab Hunger. Wo gibt's hier was zu essen? Überall. Es gibt keine Wurst. Es gibt einen Wurst. Wie hieß das? Wurst. 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 Wurstzeit. 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 Geh zur Wurstzeit. Nee, keine Wurst. Nee, dann geh zum Burgerladen. Da ist ein Burgerladen. Burgerzeit. Da sind zwei Burgers. Das ist Liebe. Der Maniac ist hier. Hallo. Und Moviepilot ist natürlich komplett da. Und hier ist der Resort. Resort. Hier sind Leute. Hey, Phil, was up? Ich hab's noch auf Deutsch sonst interessiert. Meinst du? Ich weiß es nicht. Gehörst du schon von älteren Generation? Meinst du? Und der Micha? Michael ist auch hier. Oh, ja. Okay, das ist für mich. Sexy. Wenn man Photoshop benutzt, kann man irgendwann auch so aussehen. Hallo. Wie geht's dir? Gnies dir die Kamera. Sticker haben wir keine. So Leute. So pretty. Seht ihr diese unglaubliche Schlange bei uns? Das ist der Hammer. Wir werden jetzt Autogramme geben mit Chris. Chris ist auch hier. Wir werden jetzt Autogramme geben. Die Schlange ist riesig. Zur Auflösung, die wurden noch nicht reingenommen. Sehr klar. Genau. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Sie kommen. Sie kommen. Oh, sie kommen. Oh, hallo. Wie heißt du denn? Ich hätte... Ich hätte... Und was hättest du gerne? Oh, das bekommst du. Einmal für Lara. Hallo. Ich sag mal, die Schlange ist hier. Aber... Das passt dich an. Ich hab mal mit einer Kollegin von dir gebrochen. Chris kann sich selbst anfassen. Ich kann mich selbst anfassen. Oh, nicht schlecht. Guck, da ist der Beweis. Ich kann das nicht hier. Scheiße. Okay, Jungs, die Schlange ist länger geworden. Definitiv. Ja, sicher. Oha. Voll süß. Die dreht sich um. Hier sitzen sie. Oh nein, das ist Chris. Das ist Chris. Das ist Chris. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo? Dein Stift, ne? Oder auch? Trashy ist wieder der Angeber. Der hat hier T-Shirts mit statt Autogrammkarten, die er den Leuten mitgibt. Ja, ja. Ja, ja. Hier draußen sind schon alle Stadler für die Runde 2 gleich. Oh, hier. Das ist aber so, ne? Das ist so, ne? Covered in Pussies. Ja. Melissa ist auch hier. Yay. Hallo. Double Shot. Oh. 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, wer ist denn da? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Sorry, es ist Joel. Oh nein, echtes. Oh nein. Wer ist das? Der ist cool. Ach so. Ach so. Ach so. Der ist cool. Ja dann. Na klar. Die Schlange hört gar nicht auf. Ich hab gerade Lust auf 61 Minuten Sex. Oh. Oh nein. Na komm mal her. Da bin ich ja hier genau richtig. So, und er ist auch da. Hier ist ja Pusset. Joel. Du willst auch 61 Minuten Sex? Ich will auch 61 Minuten Sex. Das ist aber sofort. Du denkst. Also geil. Der hat den Green Screen angezogen. Geil. Da kann ich jetzt alles einfügen? Ja. Da kann ich jetzt alles einfügen, was ich will. Geil. Das mag ich. Geil. Das ist weg. So gibt Ys Autogramme. So. Was ist das für ein Move gemacht? Er sucht sich seine Autogrammjäger sehr behutsam aus. Wenn er welche gefunden hat, dann gibt er Autogramme. Er hat Autogramme. Guck mal, wenn ich hier jetzt einfach so treffe. Die ganze Zeit finde ich sie nicht. Und dann gehe ich raus, will was essen. Ja, da sind sie natürlich dabei. Die kennt das ja von Bremen. Wo ist denn der Schulte jetzt hin? Hätte ich gesehen, hat er keinen Wuppen gehabt. Aber. Aber. Wir sind weggerannt. Aber guck mal, da kommt er doch. Jetzt hat er sich abreagiert. Ach ja, jetzt kann ich das, weil wir das reinfragen. Ich möchte, dass ich jetzt entscheide. Gnichel, oder ich? Gnichel 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 oder ich? Und wenn ich Katja mitnehmen? Der Jokers auch, Alter. Das geht. Das geht. Das geht. Teil 2. Also ich finde es echt richtig scheiße, dass du hier auch nicht mal fragst, ob ich hier in deinem Bums-Star überhaupt erscheinen will. Du weißt ja, die Qualität auf Griechelskanal ist unterethisch. Wir sind hier mit Unterschrift und ich will auch beteiligt werden. Oh ja, das ist kompasstisch. Nichel, gib mir dein Geld. Vielleicht sollte ich auch einfach mal hier Autogramme schreiben. Ja, jetzt war es. Wir warten, Leute. Micha, möchtest du in meinen Videos hier schreiben? Die Leute wissen gar nicht, wer Gnichel ist. Freut mich so über Selfies und Autogramme. Genau. Danke. Bitte. Ey, Micha, ich habe so einen Schädel hier, ey. Guck mal. Kannst du mal kurz filmen? Ja. Schlange. Ich habe kurz überlegt. Na du. Oh, wir schauen da dran. Tja, kannst du nicht noch einen Moment bleiben? Sie hört nicht. Okay. Wir sind fertig. Und ja, schon abgebaut. Ich klaue jetzt hier. Was im Vitaminwasser. Ja, ich habe alles. Ich klaue alles schon hier. Ja, ich habe alles. Ich klaue alles schon hier. Ja, Jungs, war schön mit euch. Ich grüß meine Mama aus meiner Auge. Oder wie das heißt. So, und das war es mal wieder. Ich habe mich sehr gefreut, wenn ihr sagt, dass ihr Doktesse uns so toll fandet. Danke dafür. Dafür mache ich diese ganze Scheiße. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald in Berlin. Da führen Martin und ich zum Beispiel den Song Shit-Schnacker auf bei dem Video-Days. Kommt vorbei. 2. 3. Oktober ist es, glaube ich. Bis dann. Rock'n'Roll. Wow.